und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus wir haben uns zusammen von mg den baradour angeschaut und das hat uns ja richtig richtig freude bereitet der war ja ein preisknaller mit nicht mal 15 euro aus china ohne originalverpackung aber auch dieses set was heute auf dem tisch liegt die nummer 13017 von mg 929 teile der magic train gehört zu dieser kategorie preisknaller ebenfalls wieder um die 15 euro aus china und ich habe dieses mal dieses set in deutschland gekauft 25 euro mit originalverpackung um euch diese auch mal zeigen zu können ich mag ja diese magic book series und die idee dass das ganze eben in einem buch präsentiert wird das hat mir beim baradour sehr gut gefallen und auch hier gefällt mir die grundidee auf jeden fall wieder sehr gut und ich bin gespannt ob das ähnlich gut wie der baradour umgesetzt wird die originalverpackung gefällt mir auch ziemlich gut wir haben einen gedeckteren rot ton und dann schöne goldene schrift drauf das macht auf jeden fall einen hochwertigen eindruck und die box ist auch recht stabil und auf der rückseite sehen wir noch mal ein paar detailbilder der lock und eben auch den guten bahnsteig 93 viertel ich finde es irgendwie lustig dass wir bei diesem buch einen ähnlichen umfang an bahnsteig haben wie bei dem top set hogwarts express vom dänischen hersteller aber gut darüber reden wir ja heute nicht ich würde sagen ich mache das ganze auf jeden fall mal auf denn die verpackung sieht zwar gut aus aber ist natürlich nicht das wichtigste am set und dementsprechend schauen wir uns jetzt zusammen die teiltüten und die anleitung an in der äußeren verpackung finden wir noch einen komplett schmucklosen braunen umkarton aber das ist auch noch mal eine komplette box und darin finden wir dann die tüten wir haben insgesamt drei bauabschnitte so wie es aussieht und das ganze ist auch wieder schön einzeln verpackt über die steine qualität reden wir aber natürlich wie immer dann während des baus wenn wir auch wirklich etwas dazu sagen können deshalb räume ich die gleich zur seite neben den drei tüten haben wir aber auch noch uneingepackt diese zwei schwarzen plates hier und dann haben wir natürlich noch die anleitung die ist genauso wie wir das auch schon bei dem mg baradour gesehen haben wieder komplett schmucklos kein design drauf und von den bildern ähnlich wie auf der packung die papierqualität ist hier wieder ordentlich genauso wie die druckqualität wir haben ja auch ein sticker bogen der hält sich auf jeden fall in grenzen und den werde ich auch aufkleben der stört mich jetzt nicht sonderlich es wird nichts ausgegraut sondern alles weiterhin in vollfarbe dargestellt was gebaut wird und die neuen bauschritte werden dann mit roten umrandungen oder blauen pfeilen dargestellt insgesamt haben wir für die 929 teile dann 115 bauschritte und 34 seiten in der anleitung bis das ganze fertig ist wir haben auch noch eine teillist dabei diese ist über mehrere seiten verteilt deshalb ihr kennt den standardspruch haltet euch das video wie immer bitte an bei der stelle die euch am ehesten interessiert nachdem ich mit dem baradour so viel spaß hatte ist die erwartungshaltung bei diesem set natürlich auch entsprechend hoch und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten bauabschnitt wieder 22 bauschritte sind super schnell vorübergezogen und eine buchhälfte ist schon fertig bei dem baradour den wir uns von mg angeschaut haben ich werde hier wahrscheinlich öfter noch vergleiche ziehen hatten wir wirklich eine sehr sehr verspielte optik wir hatten dieses aufgeschlagene buch und hatten die angedeuteten seiten das hat mir von der bautechnik und vom aussehen sehr sehr gut gefallen und wir hatten beim baradour ja dann diese lava noch in das buch eingearbeitet natürlich auch vom vorbild bedingt ist das ganze hier nicht so verspielt wie der baradour bisher sondern eher gedeckter es sieht einfach und aber sauber aus und dadurch sieht es auch gut aus das verspielte vom baradour hat mir zwar bisher mehr gefallen aber ich habe hier auf jeden fall noch hoffnung denn es ist wie gesagt ja nur eine buchseite die wir gebaut haben hier haben wir dann die buchfalz und diese ist wirklich klappbar und da wird dann am ende ja noch die rückwand dran montiert und da bin ich sehr gespannt wie hier die optik rüberkommt wenn das buch eben nicht komplett aufgeschlagen ist sondern so halb aufgeschlagen so halb offen ich bin sehr gespannt wie sie das umsetzen und da habe ich auf jeden fall noch viele hoffnungen drin aber auch wenn mir das buch von dem baradour bisher besser gefallen hat ist das hier auf jeden fall auch nicht schlecht gemacht wir haben die schöne goldene umrandung die fliesen sehen qualitativ sehr sehr gut aus haben sich auch gut verbauen lassen und auch die größeren fliesen sind hier wirklich glänzend wir haben natürlich grad solchen drauf aber es sind auf jeden fall ganz ordentliche fliesen die schiene ist aus einzelteilen wirklich komplett selbst gebaut und auch die aufhängung für den späteren zug haben wir schon montiert die steine qualität ist bisher auch wirklich durch und durch positiv auch vom bau gefühlt ich hoffe natürlich dass das so bleibt und wir sehen uns dann nach dem zweiten bauabschnitt wieder bauschritt 62 und damit zwei drittel laut den bauabschnitten von dem set schon gebaut sehen wir uns wieder und ich muss wirklich sagen ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen weil ich es einfach lustig finde ich möchte ja nicht andauernd gegen den dänischen hersteller bashen und ihr wisst wenn ich die sets von dänischen hersteller vorstelle dann versuche ich dort auch immer das positive zu nennen und ich würde sagen dass ich in reviews zum dänischen hersteller meistens wirklich sehr fair vielleicht manchmal sogar etwas zu nett bin aber ganz ehrlich wir alle kennen glaube ich das große flagschiff sammler set vom hogwarts express und wenn wir uns jetzt dieses kleine büchlein hier anschauen was wir ab 15 euro in china bekommen und maximal vielleicht 30 euro in deutschland bezahlen da haben wir diesen bahnhof dabei und das ist jetzt von der imposanz und größe kein großer unterschied zu dem der beim großen hogwarts express vom dänischen hersteller dabei ist und das finde ich schon irgendwie ich nenne es mal schwierig für den dänischen hersteller und ich kann mich nur wiederholen die steine qualität hier ist wirklich gut nicht unbedingt auf dem selben niveau wie vom dänischen hersteller oder kobe steine zum beispiel aber es ist nah dran es lässt sich alles gut verbauen die steine sehen gut aus hier gibt es nicht viel zu meckern und auch an den bautechniken gibt es nicht viel zu meckern die wir hier in diesem buch drin haben denn das ist wirklich alles sehr stabil gebaut man kann das absolut bedenken hochheben schütteln und mit sich rumtragen da passiert gar nichts das einzige was vielleicht abfallen könnte sind diese streben weil wir hier natürlich eine klappfunktion und einen hebel haben womit wir das ganze abrufen würden aber sonst ist ja alles absolut stabil also auch bei den bautechniken ist hier nichts stümperhaft das ist im gegenteil sogar wirklich sehr massiv und stabil und das finde ich in dem preissegment schon wirklich sehr bemerkenswert denn wenn ich jetzt das hier so hingestellt hätte und wir haben den zug noch nicht mal gebaut und hätte gesagt hey das gibt es für 15 euro in china dann hätte es dafür eine kaufempfehlung gegeben und dann hätte ich gesagt das ist wirklich ein guter preis für das was ihr hier bekommt und der spaß den ich bisher hatte war auf jeden fall schon mehr als 15 euro wert und jetzt kommt ja sogar noch der zug dazu also ich glaube ehrlich gesagt nicht dass mir das noch irgendwas kaputt machen kann wir finden es auf jeden fall heraus und sehen uns gleich mit dem fertigen magic book magic train wieder na 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 bevor wir dorthin gehen ich hätte es fast vergessen zu erwähnen wir haben hier sogar print das sind keine sticker das 9 3 viertel ist ein print das 9 3 viertel express schuld ist ein print die print qualität könnte natürlich etwas besser sein aber es sieht ordentlich aus und nicht schäbig also das ist gerade in diesem preissegment wirklich stark und das hätte ich euch fast unterschlagen aber jetzt geht es wirklich zum fertigen set 115 bauschritte und das gesamte buch mit dem magic train steht in voller bracht vor uns und ich kann ganz ehrlich sagen es gibt zu diesem set nicht allzu viel zu sagen und das kann sehr negativ sein in einigen fällen und in diesem fall ist es aber super super positiv denn es ist einfach ein bodenständiges günstiges set das sehr sehr viel spaß beim bau gemacht hat das auch noch ein paar versteckte feinheiten drin hat die wir uns natürlich anschauen aber da ist jetzt kein schickimicki dabei sondern es ist einfach wirklich ein spaßiges set was man sich am ende ins regal stellt und darüber freut und vor allem was einen nicht komplett die hosen auszieht was ich bei mg als kleine feinheit immer noch cool finde kleines detail aber finde ich sehr sehr sympathisch ist dass sie wie auch schon bei dem baradour wieder so eine kleine plakette hier gemacht haben mit dem kleinen bahnsteig die lockt minimal angedeutet und dann nochmal dieser print der print gefällt mir auf jeden fall deutlich besser als beim baradour und die qualität ist auch wirklich in ordnung finde ich super super schön wenn man da so eine kleine plakette mit dabei hat das buch an sich war ja schon fertig wir haben jetzt noch die lock mit drauf gesetzt wir haben das ganze ja auf pins schwebend gebaut und das hat auch einen sinn denn wir haben auch noch eine kleine funktion in dem set deshalb auch die zahnräder die im set enthalten sind wenn wir nämlich hier oben den knauf drehen dann können wir ja wirklich simulieren in anführungszeichen dass die lock fährt das gefällt mir sehr sehr gut und hieran sieht man wieder wie einfach man auch eine kleine funktion in so ein set einbauen kann die lock ist natürlich nicht die detaillierteste version die ich jemals vom hogwarts express gesehen habe keine frage aber ich finde man erkennt ihn auf jeden fall ich finde es auch schön dass wir ein paar gold teile dabei haben auch wenn es nur das günstige perlgold ist auch bei dem preis absolut nachvollziehbar es sieht auf jeden fall stimmig aus wir haben hier vorne auch noch mal einen schönen druck und hier hinten wurden die sticker angebracht von den stickern würde ich euch ganz klar abraten denn diese werden über mehrere steine geklebt es sind billige transparenz sticker und ich finde sie machen optisch auch nicht so viel bei diesem zug aus er würde ohne sticker meiner meinung nach sogar noch besser aussehen und sticker über mehrere steine kleben ist einfach überhaupt nicht mein fall und die lock an sich ist nicht der riesen eyecatcher bei diesem set es macht bei diesem set für mich das gesamtpaket die charmante idee mit dem aufgeklappten buch ich finde es schön dass sie auch das buch immer anders darstellen und eben nicht genau gleich wie bei anderen sets hier haben sie eine gute idee gefunden dass wir dann diese rückwand noch mit bauen können mit dem bahnhof und dieses gesamtpaket sieht einfach wirklich gut aus und für 15 euro im billigsten fall aus china ist das eine absolute ansage wir haben ja sogar noch prints dabei beim zug mehrere prints wir haben den print bei der plakette wir haben eine stabile ausgeklügelte konstruktion das ganze hält und der bau hat durchgängig spaß gemacht wenn ich auch sagen muss dass dieser übergang hier vorne zwei bis drei bauschritte relativ locker war da musste man aufpassen wo man hin drückt auch das sind alles keine riesen schwierigkeiten das bekommt man auf jeden fall bewältigt die steine qualität hat mich mal wieder sehr positiv überrascht gerade für den preis die prints haben mich sehr positiv überrascht die konstruktion hat mich positiv überrascht das aussehen am ende finde ich auf jeden fall gelungen und die kleine funktion die wir noch dabei haben rundet das ganze für mich am ende perfekt ab für mich ist das ganze natürlich für die 15 euro aus china eine absolute kaufempfehlung und für die 25 bis 30 euro die man in deutschland bei verschiedenen shops zahlt auch auf jeden fall eine kaufempfehlung wenn man nun unbedingt die originalverpackung mit dabei haben möchte es ist ein spaßiges sympathisches und irgendwo bodenständiges set und auch wenn ich mich wiederhole ich hatte damit einfach super viel freude und damit ist das ziel doch erreicht wir haben auch noch einige ersatzteile dabei ein paar davon sind denke ich ein fehler von mg gewesen denn wir haben diese pins mit loppen aufnahme öfter als ersatzteile hier liegen ihr seht das ganze ja und dafür hatten wir die grauen pins auf halb pin in diesem set in der gleichen anzahl noch mal einzeln in einer tüte abgepackt also wird hier beim packen einen fehler passiert sein da sind wir beim thema qualitätskontrolle es ist aufgefallen sie haben es korrigiert und nun funktioniert das ganze sehr sehr gut so muss das meiner meinung nach sein und die typischen anderen kleinen ersatzteile können sich mengenmäßig auf jeden fall auch sehen lassen für mich ist dieses set eine klare kaufempfehlung und es wird wahrscheinlich nicht das letzte mg buchset gewesen sein was ich mir angeschaut habe wenn ihr das auf dem kanal sehen wollt weitere buch sets denn es gibt noch coole andere schreibt es gerne in die kommentare wenn nicht würde ich es wahrscheinlich privat machen ich möchte ja auch nicht allzu wiederholend hier auf dem kanal sein von meinem spaßlevel würde ich es aber auf jeden fall auch hier gern zeigen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.